In diesem Video geht es um die besten Babytragen. Das Gütezeichen in dem Babytragetest geht an die Manduka XT All-in-One. Eine einzige Babytrage für Neugeborene bis hin zum Kleinkind. Jetzt gibt es sie. Die Manduka XT wurde mit vielen neuen Features ausgestattet. Stufenlos verstellbare Breite, gleich drei Verstellmöglichkeiten in der Höhe und vieles mehr. Das beste die Manduka XT sieht auch noch klasse aus. Zum Einstieg gibt es zwei modische Modelle in dezentem Grau mit Farbakzenten. Und auch das Material ist top 100% Bio-Baumwolle innen und außen. Ob Säugling oder Tortler, mit der Manduka XT hast du immer die perfekte Trage am Start. Bequem und flexibel, für klein und groß. Die Highlights auf einen Blickstegbreite fürs Baby stufenlos verstellbar, Beinausschnitte weich gepolstert, M-Position garantiert. Einfach zu verstellen, ohne Knöpfe, Klettverschluss oder Kordeln, auch mit Kind in der Bauchtrage noch leicht zu justieren. Kein Sitzverkleinerer, Neugeboreneinsatz oder anderes Zubehör nötig. Drei verschiedene Sitzhöhen dank Rückenverlängerung und Sippen XT. Optimale Spannung in jeder Position. Eine besondere Schnitttechnik und zwei angesetzte Zugbögen machen es möglich. Das Rückenteil ist aus einlagigem Stoff und passt sich der Wirbelsäule deines Babys an, fast wie im Tragetuch oder Mai-Tai. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die zweite Wahl ist die Ergo Baby Baby Trage. Die Ergo Baby Original Baby Trage ist nun mit einzigartigem Talliengurt mit Lordosenstütze für extra viel Tragekomfort ausgestattet. Die Ergo Baby Original zeichnet sich durch hochwertige Verarbeitung, langlebige Materialien und robuste Polsterung aus. Gefertigt ist die Original Trage aus 100% Premium Baumwolle und ist maschinenwaschbar bis 30 Grad. Die Original Drei Positionen Komfort Trage von Ergo Baby bietet Eltern und Babys die Option auf drei ergonomische Trageweisen Bauch-, Hüft- und Rückentrageweise. Das Baby bleibt dabei stets in der ergonomisch korrekten Anhockspreizhaltung. Der neue, breite Talliengurt mit integrierter Lordosenstütze bietet in Kombination mit den gepolsterten Schultergurten extra Komfort und verteilt Babys Gewicht gleichmäßig auf Hüfte und Schultern des Tragenden. Die Gurte können, je nach Vorliebe und Größe, optimal individuell angepasst werden und entlasten so Schultern, Nacken und Rücken. Das Sparprodukt in dem Baby Trage-Test ist die Masupi Baby Trage. Der Masupi ist eine besonders leichte Bauch- und Hüfttrage mit einem einzigartigen Klettsystem, ermöglicht einen orthopädisch korrekten Sitz des Babys und wird ab Geburt bis ca. 15 kg empfohlen. Er ist in sechs schönen Farben verfügbar und das Außenmaterial besteht aus Bio-Baumwolle. Stabiles und simples Klettsystem ohne Knoten oder Schnallen. Blitzschnell anzulegen und leicht zu verstauen. Perfekter Halt und optimale Gewichtsverteilung. Breiter Steg für orthopädisch korrekten Sitz. Kleines Packmaß. Inklusive Bändiger für Neugeborene. Rundum-Kopfschutz für das Baby durch integrierte Kopfstütze. Empfohlen von 3,5 bis 15 kg, ideal in den ersten neun Lebensmonaten. Waschmaschinen fest bis 30 Grad vorher den Klettverschlüsse schließen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.